Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute mal wieder nach einer längeren Zeit einen Intensivblick machen zwischen Wunschpartner, Seelenpartner. Ja, schau bitte, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Ich lege die männliche und die weibliche Seite aus, die Gefühle, die Gedanken und auch wie die Tendenz für die Zukunft aussieht und ich werde zuallererst auch Hauptenergien ziehen. Für diejenigen, die gerne manifestieren, lernen wollen oder die wahre Liebe manifestieren wollen, ich habe einen sechsteiligen Videokurs erstellt. Den Link findest du auch unter diesem Video. Den kann man auf meiner Internetseite www.mindsetart.de erwerben. Dort erkläre ich nochmal, wie man die wahre Liebe ins Leben manifestieren kann. Den kannst du auch für einen bestimmten Wunschpartner verwenden. Das Wissen, was du dort lernen wirst und vor allem auch gehe ich sehr intensiv auf das Selbstbild ein, denn um es auch eben langfristig im Leben zu halten, ist es unheimlich wichtig, auch am Kern zu arbeiten, wirklich an deinem Selbstwert, was du über dich und über die Welt und über den Partner und über die Liebe vor allem auch denkst. Denn das, was du natürlich in dir drin für Gefühle hast, für Gedanken, für Selbstgespräche, das flüsterst du quasi auch den anderen Menschen zu und die nehmen das energetisch auf. Deshalb gehe ich da auch nochmal sehr intensiv drauf ein. Ja, genau, also wer Interesse hat, gerne schaut in dem Link unter diesem Video. So, genau, jetzt fangen wir an mit dem Intensivblick und zwar werde ich jetzt erstmal drei Hauptenergiekarten ziehen und dann fangen wir mit den einzelnen Seiten an. Worum geht es hier? Also, wir haben hier die Wolken. Ich nehme noch ein Engel der Liebeorakel und ein Weisheitsorakel. So, wir haben die Kinder. Ja, vielleicht spielen, also entweder, es geht wirklich um Kinder, ja, die bei euch eine Rolle spielen, die vielleicht noch für Konflikte stehen oder für ein Hindernis stehen. Ja, vielleicht hat der eine ein Kind oder der andere oder es geht um innere Kindthemen, kann es natürlich auch gehen, wo eben hier noch so ein bisschen Probleme bestehen, was ich hier angezeigt bekomme. Lass uns mal mit dem Weisheitsorakel noch schauen, was hier die Hauptenergie ist. Und wir haben hier den Kompass. Ja, und es geht natürlich jetzt auch früher oder später darum, auch eine Entscheidung zu treffen, wo, in welche Richtung soll jetzt diese Verbindung auch gehen, ja. Wir sehen natürlich jetzt auch nochmal gleich näher rein. Wir fangen jetzt erstmal mit deiner Seite an. Wenn du jetzt eine Frau bist, wenn du ein Mann bist, dreh dir, ja, die Seiten um. Oder mit welcher Seite du eben auch in Resonanz gehst. Wir tragen beide die weibliche und männliche Energie in uns. Somit schau bitte. Also, wir fangen jetzt mit den Gedanken der weiblichen Seite an. In Bezug auf den Wunschpartner, auf die Liebe. Wir haben hier einmal die Acht der Schwerter, die Königin der Münzen. Und noch eine Karte bitte. Und das Ast der Stäbe. Und ich würde gerne tatsächlich auch nochmal die Acht der Schwerter abklären. Upsa. Das Rad des Schicksals. Okay. Also, wir haben jetzt hier zwei. Der Kompass sieht auch sehr ähnlich aus wie das Rad des Schicksals. Sehr interessant. Also, ehrlich gesagt, was ich jetzt bei dir auf der Gedankenebene sehe, ist, du bist dir gar nicht wirklich sicher. Wie geht es jetzt quasi voran mit euch beiden? Du bist da auch total in der, vielleicht auch in einer gewissen Unsicherheit. Hast aber sehr, sehr schön auch hier deinen Wert erkannt. Also, ich habe hier das Gefühl, natürlich wünschst du dir eine neue Chance zwischen euch beiden. Das sehe ich hier ganz klar. Allerdings hast du hier auch tatsächlich eben deinen eigenen Selbstwert erkannt. Und du möchtest einfach auch jetzt, wenn quasi etwas vorangeht, dass es einfach auch wirklich richtig vorangeht. Ja, genau. Aber hier mit dem Rad des Schicksals und den Acht der Schwertern. Vielleicht kannst du auch noch das ein oder andere Zeichen gar nicht erkennen. Aber ich nehme hier auch so ein bisschen eine Unsicherheit in Bezug auf eure Verbindung wahr, ob es jetzt weitergeht oder eben nicht weitergeht. Und wie gesagt, ja, ich sehe hier, Kinder haben einen Einfluss auf euer Liebesleben. Es können innere Kinder sein von früher, alte Glaubenssätze oder aber es sind tatsächlich Kinder im Spiel, ja, die so ein bisschen auch vielleicht noch so als Holperstein, ja, noch zwischen eurer Verbindung stehen. Vielleicht, sag ich mal, kann der eine sich das nicht wirklich vorstellen, dann mit den Kindern irgendwie ein Leben aufzubauen. Sowas kann es sein, ja. Sowas in der Art. Je nachdem, mit was du da jetzt auch in Resonanz gehst. Lass uns mal auf der männlichen Seite schauen, auf der Gedankenebene. Genau. Also ich sehe auf jeden Fall bei dir, dass du dir das auf jeden Fall wünschst, ja, eine neue Chance in eurer Verbindung. Aber wie gesagt, auch zu deinen Bedingungen mittlerweile, ja. Und aber auf der anderen Seite eben weißt du jetzt auch nicht so wirklich, ja, wie wird es weitergehen. So, lass uns mal auf der Gedankenebene deines Wunschpartners schauen. Ach, guck mal hier, wir haben hier, wir haben hier auch das Ass der Stäbe. Ich nehme zwei verschiedene Tarot-Decks. Also er wünscht sich hier auch ganz klar die Chance zwischen euch. Und wir haben hier den Page der Kelche. Lass mich noch mal eine dritte Karte nehmen. Ach, herrje, die sind ja aber heute hier rutschig. So, und noch eine Karte bitte. Es sind sogar noch zwei gefallen. Und die neun der Stäbe und die zehn der Stäbe. Also hier, dein Wunschpartner, dein Gegenüber ist auch ganz klar in dem Wunsch drin, eine neue Chance zwischen euch noch mal zu geben. Allerdings sehe ich hier bei ihm noch ein paar To-dos, ja. Weil wir haben hier die neun der Stäbe. Kann wie gesagt auch für ein inneres Kind sein, aber auch einfach für vergangene Situationen, die wirklich eingebrannt sind, wie so ein Snapshot, ja, in seinem Gedächtnis. Und wo er dann vielleicht immer so ein bisschen so auf Sicherheitsabstand macht. Und er darf eben auch noch gewisse Dinge von seinen Schultern abtragen. Und solange das so ist, habe ich hier das Gefühl, dass er hier noch so ein bisschen in der Unreife ist, ja. Also das ist ja der Page der Kelche, nicht der König der Kelche. Also schon auch, ich habe das Gefühl, er empfindet schon sehr, sehr viel für dich, aber ist selber noch nicht so richtig in seiner emotionalen Reife angekommen. Nicht zuletzt eben durch diese vergangenen Themen, die hier noch auf ihn lasten, ja. Und es kann, wie gesagt, bei dem einen auch mit Kindern zu tun haben, tatsächlich, oder aber mit den inneren Kindern auch zu tun. Und hier darf er natürlich erst mal für sich selber so ein paar Dinge auch regeln, weil jetzt zurzeit nämlich noch ein bisschen so ein schweres Gepäck auf seinen Schultern war. Aber grundsätzlich, hier habt ihr beide das Ast der Stäbe. Ihr habt beide den gleichen Wunsch. Genau, da muss man jetzt einfach mal schauen, wie es dann weitergeht. Wir gucken jetzt natürlich auch auf der Gefühlsebene und dann später auch auf den kommenden Schritten. Genau, so, dann schauen wir mal bei dir auf der Herzgegend, was da auf der Gefühlsebene ist. Upsa, da ist eine gekommen. Wir haben hier den König der Schwerter. Noch zwei Karten, bitte. Na, ups, hier wollte eine raus. Die nehmen wir. Die drei der Münzen. Und der Teufel. Den Teufel würde ich gerne mal abklären. Die fünf der Stäbe. Also bei dir auf der Gefühlsebene, nämlich auf der einen Seite war, das ist wirklich sehr interessant. Bei dir nämlich war, du spürst, du spürst, du möchtest eine ganz verbindliche Geschichte haben. Ja, Liebesgeschichte haben. Und das spürst du auch. Das ist so ganz ein klarer Impuls auf deiner Herzgegend. Doch auf der anderen Seite ist trotzdem noch so ein klein wenig Abhängigkeit da drüben zu der anderen Seite hingezogen. Ja, genau. Also wie gesagt, du spürst, du spürst, was du möchtest. Du möchtest etwas Verbindliches haben. Aber dennoch ist hier auch wirklich so eine, vielleicht auch eine Co-Abhängigkeit noch zu diesem anderen Menschen. Ja, und das kann hier eben auch gerade mit den Kindern mit inneren Kindthemen zu tun haben. Das heißt, vielleicht hast du jetzt eine gleiche Verhaltensweise erfahren mit diesen Menschen, die dir schon aus deiner Kindheit bekannt vorkommt. Ja, unser Unterbewusstsein sucht immer das, was es handeln kann, was es gewohnt ist, was es gelernt hat, was da für tiefe Überzeugungen auch sind. Und da ist es wirklich auch wichtig, in der Pike nochmal dran zu arbeiten. Wenn du jetzt hier mit in Resonanz gehst, da empfehle ich dir auch wirklich, wenn du jetzt eine Frau bist, die Meditation aktiviere, die Göttin in dir auf meinem anderen Kanal Mindset Art regelmäßig anzuhören, um wirklich von der Tiefe heraus nochmal in deine weibliche Energie zu kommen und das wirklich auch zu verinnerlichen. Denn auf der Gedankenebene hast du ja schon wirklich auch erkannt, was du möchtest, was du verdient hast. Und es geht einfach auch nochmal darum, das von der Pike auf wirklich zu verinnerlichen. Ja, genau. Und das sind hier eben so manchmal diese Konflikte, die ich bei dir auf der Herzgegend sehe. Auf der einen Seite dieses dahin gezogene Sein, also dieses wirklich, man kommt da irgendwie nicht los. Und auf der anderen Seite, du weißt aber definitiv, was du möchtest. Ja, du spürst es auch. Du spürst, was hier der richtige Weg für dich vor allem auch ist, was du dir wünschst. Lass uns mal auf der Herzgegend von deinem Wunschpartner schauen. Der Wagen Die Liebenden und die Acht der Schwerter Ja, das ist so interessant, ne? Also, guck mal, du hast die Acht der Schwerter auf den Gedanken, er hat es auf der Herzgegend, aber dennoch hat er auch den Wagen und die Liebenden. Ich möchte mal auf die Acht der Schwerter auch eine Klärungskarte haben. Ups, die kam mal richtig rausgesprungen. Die Drei der Stäbe. Also, bei deinem Wunschpartner, nämlich tatsächlich wahr, er fühlt sich definitiv richtig stark zu dir hingezogen. Er würde am liebsten sofort losgaloppieren in deine Richtung, dich um eine neue Chance fragen. Allerdings weiß ich nicht, wie gut überlegt das ist, ne? Weil er hat hier auch noch eine Blockade auf der Herzgegend, die Acht der Schwerter mit den Drei der Stäben. Vielleicht weiß er auch noch nicht wirklich so für sich oder hat noch nicht wirklich 100% für sich rausgefunden, was möchte er denn langfristig, ja? Und da kann eben auch, wie gesagt, das Thema Kinder auch ein Spiel sein. Aber hier auf die Sehnsüchte sind die Acht der Schwerter gefallen. Das heißt, er ist selber auch noch nicht wirklich in dieser Klarheit. Das kann jetzt hier auch sehr gut sein, dass ihr euch beide hiergegen auch spiegelt. Das heißt, du hast ja auch so ein bisschen hier noch diese Unklarheit auf der Gedankenebene. Ihr beide wünscht euch diese Chance. Aber vielleicht trifft es du auch manchmal wieder ab in vielen Ängsten und Zweifeln und weißt es nicht. Und wie gesagt, die Energien, die vermischen sich, ja? Er spürt das quasi. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass dann hier auch diese Zweifel auf der Herzgegend auftauchen. Und da weiß man jetzt natürlich auch nicht, wer hat da zuerst angefangen. Das ist auch ganz egal. Aber das zum Beispiel erkläre ich auch auf diesem Videokurs Manifestiere die wahre Liebe deines Lebens. Wie du da wirklich auch mit den Energien und mit deiner inneren Haltung auch quasi die Dinge so manifestieren kannst, wie du es dir wünschst, ja? Genau, aber wie gesagt, dein Wunschpartner, der würde am liebsten schon jetzt, also sein Herz ist auch so richtig in deine Richtung magnetisch gezogen, ne? Und dennoch auch hier, ja, diese Unklarheit teilweise. Wo möchte er langfristig hin? Also da ist wirklich noch so wie so eine Mauer ums Herz gebaut. Aber nicht zuletzt eben auch, weil man hier auch auf der Gedankenebene noch so Altlasten sieht, wo noch so ein paar vergangene Geschichten noch nicht ganz aufgearbeitet worden sind bei deinem Wunschpartner. Jetzt bin ich mal gespannt, was denn die kommenden, ja, die kommende Zeit bei euch beiden sagt. Und da werde ich beide Seiten jetzt mal gleichzeitig auslegen. So, lass uns mal schauen. Also hier ist gefallen, wow, die vier der Stäbe, die Vereinigungskarte. Ähm, und noch zwei Karten. So, die zwei der Schwerter und die acht der Kelche. Da kläre ich auch die anderen zwei Karten nochmal ab. Die zwei der Schwerter. Und dann legen wir nochmal den Wunschpartner aus. Das Ass der Münzen haben wir hier. Und auf die acht der Kelche, der König der Stäbe. So, und dann noch die kommende Zeit bei deinem Wunschpartner. Die Königin der Münzen. Ups. Ne? Die Königin der Münzen, die vier der Kelche und noch eine Karte. Und die Königin der Schwerter. Lass mich nochmal eine Klärungskarte auf die vier der Kelche und die Königin der Schwerter machen. So. Die Gerechtigkeit und auf die Königin der Schwerter. Ups. Okay. Wow. Und die drei der Münzen. Okay. Also, genau. Weil ich wollte jetzt einfach mal schauen, handelt es sich jetzt hier um zwei Personen. Aber hier jetzt dadurch, dass die drei der Münzen gefallen sind, nehme ich das jetzt hier ein bisschen anders wahr. Aber lass uns das mal hier auswerten, ja. Also, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir gar nicht so sicher bin, ob nicht sogar vielleicht bei dir ein zweiter Mensch liegt, ja. Aber das kann bei dem einen so sein und bei dem anderen so. Kommen wir jetzt erstmal zu ihm. Also, hier die Königin der Münzen. Und das ist auch so dieses Energetische, ja. Du hast hier dich als Königin der Münzen mittlerweile erkannt. Das bedeutet natürlich, energetisch spiegelt sich das zu deinem Wunschpartner. Und er wird deinen Wert auch immer mehr erkennen, ja. Und hier auch mit den vier der Kelchen und der Gerechtigkeit weiß er jetzt, dass er auch wirklich sich nicht mehr wirklich lange Zeit lassen kann. Hier ist einfach eine Entscheidung fällig, ja. Und ja, vielleicht einfach auch, weil in der Vergangenheit war er vielleicht ein bisschen gelangweilt, ja. Und hat das nicht alles so gewertschätzt. Aber dadurch, dass jetzt hier einfach auch der Wert von dir erkannt wird, ja, in der nächsten Zeit, weiß er, dass hier einfach eine gerechte Entscheidung auch getroffen werden muss, ja. Ja, genau. Und hier eben mit der Königin der Schwerter und den drei der Münzen ist hier einfach auch, kommt hier auch immer mehr diese Klarheit auch zum Vorschein, dass der Wunsch bei deinem Wunschpartner besteht. Einfach auch, ja, zusammenzuarbeiten, etwas zusammen aufzubauen. Also hier gerade mit den Klärungskarten, nämlich war das hier einfach auch wirklich sich darüber klar wird, dass du zum Beispiel und er schon potenziell hier ein sehr gutes Match seid. Denn wir haben ja hier auch in der Mitte den Kompass, ja. Und bei dir ist es allerdings so, tatsächlich muss ich sagen, bei dir, dass ich tatsächlich einen anderen Menschen zusätzlich noch wahrnehme. Vielleicht ist er schon in deinem Leben, vielleicht kommt er aber auch noch in dein Leben. Auf jeden Fall liegt hier bei dir eine Vereinigungskarte. Und mit den zwei der Schwertern und dem Ast der Münzen kann es bei dem einen oder anderen von euch sein, dass wenn diese Entscheidung hier bei deinem Wunschpartner getroffen wird, dass es vielleicht schon bei dir zu spät sein könnte. Das heißt, du bekommst hier wirklich ein Angebot gemacht. Also wirklich jemand kommt dann also hier auf dich zu, ja, möchte dir Stabilität einfach auch bieten. Aber du bist dann vielleicht schon an dem Punkt, sollst du dem jetzt nochmal eine Chance geben oder ist da vielleicht mittlerweile ein anderer Mensch, wo du vielleicht mehr Potenzial siehst. Und zwar mehr Potenzial für die Zehn der Kelche und nicht für die Acht der Kelche. Und da habe ich das Gefühl, dass du früher oder später sogar, dass du sogar die Entscheidung haben wirst, für welche Richtung du dich entscheidest. Weil ich hier einfach tatsächlich bei vielen von euch nochmal einen anderen Menschen, den König der Stäbe wahrnehme. Ein Mensch, der sehr charismatisch ist, sehr selbstbewusst ist, der weiß, was er möchte, der so auch die Führungsqualitäten hat, der auch vielleicht wirklich sehr gut in seiner männlichen Energie ist. Und vielleicht siehst du dann da einfach auch ein bisschen mehr Potenzial langfristig gesehen, ja. Und das ist, wie gesagt, bei jedem von euch unterschiedlich. Ich sehe hier noch keine klare Entscheidung, für was du dich oder für wen du dich entscheiden wirst. Also ich sehe einfach nur, dass du auf der Suche des vollen Glückes bist und du dann tatsächlich auch den Mut haben wirst, für dich einzustehen, dadurch, dass du deinen Selbstwert erkannt hast. Und dann wirklich auch mit den richtigen Menschen zu dem richtigen Zeitpunkt in eine Verbindung kommst, ja. Also die Verbindung liegt hier auf jeden Fall. Deshalb auch umso wichtiger für dich, genau, dass du dann wirklich auch auf dein Gefühl hörst, auf deine Impulse hörst, dass du dann einfach auch, ja, dich für den richtigen Menschen dann auch entscheiden kannst. Wirklich super interessantes Reading. Also wie gesagt, ich nehme hier wahr, dieser Mensch wird hier in die Klarheit kommen, aber vielleicht bei dem einen oder anderen von euch kann es zu lange dauern, sodass du vielleicht schon dich anders orientiert hast, ja. So sehe ich das Bild hier, genau. Ja, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz mit dieser Legung gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut. Tschüss.